jetzt hin nach da hinten hier vorne ja bestimmt das einsetzen ja bitte ok ok nebenbei bemerkt das navigationsmodul ist installiert Moment jetzt geht's und gerade noch rechtzeitig sieht aus als wäre sich unser Flugfenster ok an Bord hier ach das sei scheiße jetzt wieder dahin zurück ah nee nein ich sag dir jetzt diesen kleinen kleinen Shuttle klein klein Shuttle ja oh die Tür hat aber komische Geräusche gemacht wenn jetzt hier auch eine Bank ist dann kack ich ab warum bildst du deinen Helm auf tja warum mach ich eine Maske auf und warum der Blick oh man ähm das wird doch funktionieren oder? unser Fenster kommt gleich entweder jetzt oder nie hey und die Sauerstoffeinspritze warum sind sie nicht angerastet? hab's versucht die Gewinde sind rostig mal sehen was ich tun kann wenn sich einer davon löst werden wir in der Kabine verbrennen bevor die Atmosphäre das ermöglicht tu mir einen Gefallen such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir wenn die Dichtung funktioniert ah Zahnradrätsel schön was ist das? was sind das die Dinger? sie sehen aus die Atombomben damit jetzt well das war ja jetzt nicht sehr schwer das war fast so schwer wie das Zahnradrätsel und bleib stabil bleib stabil Bruder wer ist das jetzt? was sind das eigentlich alles für Leute? ich kenn die gar nicht das ist wer ist das? es ist eine schwarze baumwollpflückerin ey wieso nehmen wir Sklaven mit? ey der Mensch wie nennen wir das? der Typ hat viel zu große Ohren ah guck mal hier ist noch eine Frau oh ne die sieht aber alt aus ja Lisa Snow ist das wer ist das für ein hässlicher? hm hä wo soll ich mich hinsetzen? ich hab keinen sitzplatz ja siehste mal da bloß ich muss jetzt selber irgendwie fliegen das sieht grad so aus ich muss irgendwie schießen das ist glatter selbst die Minen werden das Schiff in Stücke reißen das wird halt okay Leute ich glaub du musst die Minen kaputt schießen dann ich weiß jetzt irgendwas passiert hier ich weiß jetzt nicht ob das eine gute Idee ist dass ich schießen muss und du fliegen musst ich weiß nicht mal ob ich fliegen muss das ist die Sache bei mir passiert grad alles automatisch oh doch ich muss aaaaaaah ähm ich kann nicht schießen ich hab keine Munition glaube ich ich kann nicht schießen hä hä ich muss durch diese Vierecke durch schieß äh mach die kaputt nein 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 ah ah ausweichen ausweichen nach unten Alter ich fühl mich grad wie ein Star Wars man nach unten nach unten nach unten nach oben nach oben nach oben mach die kaputt Hilfe Hilfe hier sind zu viele zu viele zu viele nein 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 uff okay okay alles ist gut 10 Sekunden bis zum Eintritt wir haben's geschafft huuuu bleiben Sie auf Kurs wenn wir im falschen Winkel reinkommen ok und jetzt wird's lustig 3 ach ne es wird lustig sagt er ab auf den Alt Schauerberg nein mach's kaputt ok ich glaube das sind die Ofenkäse die uns hier entgegen fliegen hoch hoch ziehen runter ziehen ja kannst du mal ein bisschen höher Ey, und mir fliegt zu viel Ofenkäse entgegen. Ich muss versuchen, irgendwer in diesen vier Ecken zu bleiben. Nein, nein! Hoch, hoch, hoch! Ach, du hast Scheiße gebaut. Nein, gar nicht wahr. Das Spiel wollte das so. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. Oh shit, das geht weiter. Was? Ah, ausweichen, ausweichen. Das war so einfach. Ich muss mit meiner Käse-Makaroni-Kanone erschießen. Oh, ich hab's geschafft auszuweichen. Hilfe! Ich mach doch mein bestes Spiel. Das war nicht gut. Oh shit. Okay, wir sind bei 24, das geht. Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein. Scheiße. Moment. Ich muss die Tanksteu versiegeln. Ich frag mich immer noch, wo du sitzt. Oh mein Gott, ich muss was machen. Ah, ich muss schießen. Wer fliegt? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wer fliegt das Ding? M, 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 Kursberechnung, M, M. Ich hab's geschafft. Du hast grad irgendwas falsch. Ich geh zum Sitz, Bruder. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Nach rechts. Soll ich das noch nach oben, nach oben? Zieh hoch. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich das selbe steuere gerade. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ich seh nix mehr, ich seh nix. Was machst du denn? Links, links, links. Du hast nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nicht so weit. Jetzt nix an die Felsen. Ich seh nix. Nein, nein. Was tust du denn? Oh mein Gott, du hast versagt. Du hast mir dieses blockiert. Ich? Nur weil ich so fett bin, ey. Die Frau ist weg. Regenbogen Schaff ist weg. Erdbärchen. Haben wir versagt? Ich weiß es nicht. Ich hab ein schwarzen Bildschirm. Oh. Oh, Zwischensequenz. Wer bist du denn, Süßer? Und ich wette, du bist einfach in deiner Scheißrüstung. Oh, ist kaputt. Ey. Es war so klar. Es ist halt einfach wegen meiner N7. Hä? Die Szene haben wir doch schon mal gespielt. Nee. Doch. Das war ein anderer, oder? Nee, das ist die ganz am Anfang. Ah, doch, stimmt. Hä? Hä? Ich kann mich heilen. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Ich will dich in die Nähe von Wärmequellen, um deine Körpertemperatur zu erhöhen. Ja, wir können natürlich auch kuscheln. Okay, komm. Ich geh mal auf die Knie. Ah, nee, ich kann nicht auf die Knie. Okay, 37 Grad. Ich glaub, das reicht. Er kann rennen. Ey, hier ist Munition, du darfst, musst du mitnehmen. Oh, Überwachungsladung. Preis drauf, einfach weiter. Fakt, das passt schon. Wir müssen uns aufwärmen. Ja, ich stehe am Feuer, ne? Oh, fuck, Spinner. Hier ist Zeug. Fakt, Ihre Temperatur füllen. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Hören Sie mich. Ja, Feuer. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Nee, das ist doch eine andere Mission. Es sieht halt genauso aus wie die erste. Diese Level-Designer, ne? Die haben bestimmt... Oh, scheiße. Körpertemperatur. Wer hat die denn... Ja, bestimmt einfach ein Level gemacht, aber an unterschiedliche Punkte. Wer hat die denn eingestellt, bitteschön? Hä? Ja, ich wette, es ist defekt, ja, einfach den Berg runter, würde ich sagen. Ah, hier. Aber hier ist kein Feuer mehr. Egal, kriegen wir hin. Oh, oh. Gibt's Cola. Oh, Quicktime, Quicktime. Eee, 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 eee. Doch, das ist doch dieselbe. Das ist doch auch das letzte Mal passiert. Also wir haben einen kompletten Berg runtergefallen. Oh. Okay. Ich wollte gerade schon was sagen, aber... Oh, hier ist Wärm. Das ist einfach jedes Mal der gleiche Scheiß, den sie in diesem Spiel produzieren. Oh, oh. Plus zwei Scheiß. Minus eins nachladen ist das nicht so wichtig, finde ich. Kommt halt auf die Waffe drauf an, ne. Irgendwo hier. Kommen Sie. Los, renn. Ja, was ist das denn? Alter, wo hier aber auch überall Feuer ist, ne? Vor allem, was hat denn der für einen... ...Sympathikus, wenn der so einen extremen Temperaturverlust hat? Okay. Also. Okay. Hier ist Zeug. Oh, da ist Zeug, ja. Bart, niemand hätte das überleben können. Hören Sie mir zu. Hä, wo bist du? Irgendwo außen rum. Beide ich. Ich will auch gerne mal wissen, bei welcher Temperatur wir sterben. Was ist denn unsere innere Körpertemperatur nochmal gewesen? Ja, eigentlich 37, ne? Ja. Ja, so ab 32 stirbt man nochmal. Wir müssen zum Feuer. Ne, 31, ja, schafft wir doch. Ja, soll's. Und da draußen noch was? Oh ja, da ist eine Kiste. Faktoruf, das passt schon, dass meine Temperatur noch nicht hoch waren. Nein, nein, nein. Ich glaube, der hat Lepra. Ähm, ja. Geil, auf sowas steht der Typ doch. Sexy, ne? Ah, 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 ah. Was machst du? Hier, Videonachricht. Da doch. Die haben nicht mal so einen Anzug an. Wir sind unterwegs, um uns zurückzusuchen. Aber ich hinterlasse dir eine Leuchtwattespur. Der Mann ist tot, Ellie. Komm jetzt. Eirik, bitte. Sei am Leben. Oh. Äh, die hat auch noch nicht gelernt, wie man eine Facecam bedienen. Also direkt den Kopf, direkt in die Kamera. Ah ja? Bitte, bitte löscht dich. Löscht dich, Ellie. Das schon wird eingeleitet. Was haben wir hier? Ich glaube, wir sollten mal irgendwo einen Dorian fragen. Das sind Leuchtfackeln. Seht aber nicht als Wärmequelle. Ja, die sind ja auch nicht warm. Ja, wenn du dir die an deinen Kopf hättest. Oh! Hilfe! Ja, tschüss. Ich bleib oben. Nein. Da hätten wir gut so ein Star-Wars-Truinen-Geräusch einfühlen können. Wuuuuh! Was ist das? Isaac! Das Ding könnte überall sein! Ellie muss hier entlang bekommen. Aber ich bin zu faul, um solche Letztes zu bearbeiten. Ja, ich kann die nicht bearbeiten. Dafür ist meine Aufnahmeeinstellung nicht korrekt gewählt. Oh, da sollen wir rein. Nein, will ich eigentlich nicht, aber kurz aufwärmen. Ich wärme mich nicht auf. Ich habe bald die Temperatur. Ah doch, jetzt schon. Mit einem Heizdrehen. Nice! Hä, was ist denn da? Achso. Achso. Das habe ich angemacht. Achso, das ist einfach nur so ein kleiner Heizraum. Oh Mann, steins. Ja. Fun Fact übrigens, seit ich hier in der Wohnung wohne, habe ich halt noch nie die Heizung benutzt. Nice. Weil ich heize nie. Ich finde das schrecklich. Was haben wir hier? Da geht's nicht lang. Okay. Hier ist Munition. Oh. Oh, kann ich gebrauchen. Oh, ich hab... Oh, ich... Oh, wenn ich die Munition einsammle, merke ich ja, dass ich doch relativ viel habe. Ich habe jetzt 800 schon. Oh. Gut. Habe ich jetzt nicht mit... Oh, hier sind zwei Kisten und eine Leiter. Ich würde das Zeug einsammeln. Verdammt. Egal. Ja, ich öffne mal die zweite Kiste noch, zusätzlich. Da, ich bin oben. Oh, ich hab 30 Grad nur noch. Oh, da würden meine Enzyme jetzt aber schon wirklich schockert gehen. Deswegen laufe ich. Hier sieht es wieder nach so einem Stützpunkt aus. Ja, wir könnten das nochmal langsam gebrauchen. 28 Grad. Ähm, da. Oh, geil. Hier ist eine Toilette. Oh, mein Gott. Komm mal her. Hier ist ein Stehklo. Wo? Hier. Cool. Geil. Und dann dieses Bild dazu an der Wand. Oh, hier liegt was. Ah, nee. Das ist die Lichterkette. Hä? Was ist das denn für eine hässliche Lichterkette? Ola's Kanone. Das ist hässlich. Alice, bist du da? Bist du in Reichweite? Oh, hier ist eine Bank. Oh. Überwachungs-Ladung. Und Bot ist zurück. Das wäre eigentlich ziemlich, also wirklich ziemlich unlogisch, wenn wir den hier einsetzen können. Aber ich gehe einfach davon aus, dass das geht. Hässlich. Ja, ich mache dieses Plus-2-Schaden-1-Nachladen. Ich habe einen Granatwerfer, glaube ich. Oh. Mir fehlt aber Wolfram. Cool. Cool. Ich kann mittlerweile wirklich viele Waffen bauen, aber für den Einschüchterer fehlt noch viel. Überwachungsladung? Was macht das? Ein seismisches Tool, das explosive Kanister abfeuert. Achso, ja, das ist dieser Granatwerfer, vermute ich mal dann. Ja, müsste das sein. Ja, aber das nehme ich. Ach, tun wir das einfach gerade wieder rein. Mir fehlen noch zwei Wolfram, dann kann ich die letzte Platinenslot freischalten. Oh, gar kein Heal mehr. Das nehme ich dann mal mit, lieber drei Stück. Nialala. Okay. Ich würde mal sagen, wir können ja auch gleich mal einen Schnitt setzen, denn ich muss auch immer pissen und kacken. Und dann natürlich direkt den Magen wieder füllen, damit man direkt noch mal pissen und kacken kann. Aber mit Low Carb, ne? Natürlich Low Carb. Hähnchen. Ah, sehr geil. Machst du deinen Scheiß dann noch fertig? Ja, ja, mache ich gerade noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, aber erstmal mache ich mein Scheiß noch. Ja, ja. Kannst nicht auf dich schießen. Jo, ein Granatwerfer. Achso, platzieren wir. Fenster sieht man nix. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Was fehlt mir denn noch? Ah, 4. East Wing Duty, West Wing Duty. Oh, mir fehlt echt nicht mehr viel für die Waffen. So, jetzt möchte ich mal gerade kurz noch, die alte Waffe ist ja genauso, ne? Ach, du bist es. Ich habe gedacht, ich hätte geschossen. Hä, ich habe meinen Maschinengewehrs weg. Hä, was? Lel. Wieso kann ich mit dem anderen nicht schießen? Ich habe jetzt ein Granatwerfer Pumpgun-Gewehr. Ich muss noch irgendwie, äh... Ja, mach aber mal, wir machen mal hier den Cut, ne? Alles klar. Tschüss. Dann sehen wir uns später wieder. Ciao. Und denk daran, der Metal soll einen nicht teilen. Ganz genau.